Ja, dann lass uns mal, ja, lass uns mal anfangen, oder? Ja, geil. Auf geht's. Der Kinocast. Also herzlich willkommen hier zur neuen Folge vom Kinocast. Mit mir in der Leitung ist die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und der Chris. Hallo Chris. Hallo, hallo. Ich bin der Erik, wie immer. Hallo, hallo in die Runde. Und hallo unsere Hörer. Schön, dass ihr es geschafft habt, zu solcher frühen Stunde hier am Sonntagmorgen uns zuzuhören. Na, ist ja egal, wann ihr das hört, fühlt euch gegrüßt. Der Chris war in der Sneak, hat die Fahne hochgehalten, ist dafür auch belohnt geworden. Zumindest, also dafür, jetzt also für die Sneak, mit einem guten Film. Und wir haben noch ein paar sonstige Filme geguckt, auch im Kino, ja, und auch Filme aus dem Kino und ein paar coole andere Sachen. Und eine neue Netflix-Serie, ja, die hatte Kate jetzt auch geguckt, sehe ich hier gerade. Ja, mir fehlen nur noch die letzten zwei Folgen. Da bin ich ja gespannt, wie du es fandest. Also, lass uns mal loslegen. In der Sneak gab es den Film Tolkien und, ja, sieht man was. Den Ring, Schicksalsberg und so, Chris. Erzähl. Ja, Tolkien erzählt, kurz gesagt, die Geschichte von, wie heißt er, J.R.R. Tolkien. Oh Gott, ich hab James irgendwas. Gott, ich krieg's nicht mehr zusammen. Wofür J.R.R. steht. Ja, erzählt einfach seine Geschichte als junger Mann, äh, John Ronald Royal Tolkien. Mhm. So. Und erzählt die jungen Jahre. Verkörpert wurde er von Nicholas Holt, den wir aus so tollen Filmen kennen wie X-Men, ähm, wo hat er noch mit gespielt? Warm Bodies, ja. In Deadpool 2 hat er ganz kurz einen Auftritt als Biest. Ach ja, stimmt. Ähm, also, man kennt ihn, wenn man ihn sieht, kennt man ihn sowieso, den Nicholas Holt. Und, ja, es gibt so viel gar nicht zu erzählen zu der Story. Es ist wirklich nur, nur in Anführungszeichen, diese Geschichte von Tolkien, wie er sich durch sein Leben kämpft, wie er schon relativ früh mit Schicksalsschlägen zu kämpfen hat, weil seine Mutter früh stirbt, ähm, mit seinem jüngeren Bruder, Bruder, wo er aber nicht so die große Verbindung dann auch hat. Und, äh, wie er dann auf ein Internat kommt und dort erstmal voll der Außenseiter ist und im Endeffekt dort dann eine Gruppe junger Männer um sich herum findet oder sich einfach auch bildet, die dann eben zusammen so eine kleine Gang quasi sind, aber halt eine relativ gebildete Gang. Also sie diskutieren über relativ hohe Themen und machen auch ab und zu Mutproben und blibla blub. Die ergänzen sich sehr, sehr cool und, ja, daraus entsteht halt dann auch die Geschichte. Und das Schöne ist an dem Film, dass immer wieder so Einflüsse drin sind, wo du dann später auch erkennst, okay, äh, das hat doch was mit Herr der Ringe zu tun. Also die Dinge aus Herr der Ringe, wo man da sieht, auch in den Filmen und so, sind da schon auch adaptiert. Also die sind da mit drin. Was man unbedingt dazu auch noch sagen muss, sind zwei Sachen. Zum einen, Lily Collins spielt auch noch mit, ähm, bezaubernd, wenn ich das so sagen darf. Und dann spielt der Film sehr viel mit Flashbacks, weil eigentlich ist, äh, Tolkien im Krieg und eigentlich auch relativ verwundet und möchte da einem seiner Kumpanen nochmal, mit dem einfach nochmal reden, mit seinem besten Freund einfach nochmal reden, aus seiner Gruppe und immer quasi, wenn er so ein bisschen ins Wachkoma fällt oder so, so wegkippt, sind dann die Zeitsprünge zurück zu seiner Zeit an die Uni. Wie er halt dann auch kurz vorm Rausfliegen ist in der Uni und dann ein Professor doch noch das in ihm erkennt, was da schlummert an, an, an Talent und allem. Und deswegen ist es, ja, es ist zum Teil spannend, manchmal ein bisschen langatmig und insgesamt einfach auch die Geschichte, die im Endeffekt zum Herr der Ringe geführt hat. Also ganz am Ende erst, so viel sei verraten, wird es dann auch mal ganz konkret mit dem Herr der Ringe. Davor eigentlich nicht, also davor ist es nicht wirklich das Thema. Nur halt, wie gesagt, die Szenen aus dem Krieg, auf dem Schlachtfeld, mit den schwarzen Reitern und alles. Also ich habe von Herr der Ringe nicht so viel von den Filmen, nicht mehr so viel in Erinnerung. Ich weiß halt, Hobbit rennt rum, soll einen Ring in den Vulkan von Sauron werfen, der ja einen gigantisch guten Auftritt im Lego-Movie hatte, in Lego-Batman, der Sauron. Ja, und an was ich mich allerdings wirklich erinnern konnte, was mich damals schon tief beeindruckt hat, waren diese schwarzen Reiter, diese Schattenreiter. Ich hoffe, die sagen euch jetzt auch was. Ja, ja, klar, die Reiter der Apokalypse hier, diese schwarzen. Ja, genau, und die sieht er eben auch auf dem Schlachtfeld. Das ist ja die Szene, wo die sich dann so verstecken da unter dieser Wurzel und oben ist dieser, die dann auch spüren die Anwesenheit des Ringes und so. Genau, genau, also wie gesagt, da ist er, solche Szenen sind dann auch da, oder auch so Feuersäulen, die sich einfach vom Krieg her auftun. Also er verarbeitet in dem Herr der Ringe Buch sehr viele Erlebnisse aus dem Krieg und halt seine eigenen Sprachen, die er auch schon selber entwickelt hat und auch schon sehr früh das entwickelt hat und das ist halt auch eins seiner Talente. Und es erzählt wirklich die Geschichte von jungen Männern und halt von einem jungen Mann, im ganz Speziellen von Tolkien, äh, es ist cool, es ist ganz cool. Es macht teilweise Spaß, manchmal denkst du dir, okay, ist witzig, dann allerdings hat er wieder so Phasen, wo du denkst, okay, könnten wir etwas vorankommen. Ich habe ja den Trailer von dem Film schon vor Wochen gesehen und habe noch gedacht, oh ja, brauche ich die Entstehungsgeschichte von Herr der Ringe wirklich, weil, und im Endeffekt ist es wie so ein Herr der Ringe-Film. Es ist mal ein bisschen gut, dann ein bisschen witzig, dann ein bisschen langatmig. Das passt. Wie der Christopher-Robin-Film fast, ne? Der letzte, der zweite, den du... Goodbye, Christopher Robin. Goodbye, Christopher Robin. Ja, also von der Story her halt echt anders. Also nochmal anders. Ja, aber halt, wie ist das berühmte Werk dieses Menschen entstanden? Ja, genau. Wo kommt der Einzelseher? Ja, insgesamt kann man einfach sagen, es ist ein Film für Fans von Tolkien. Also ist er auf jeden Fall, ist er auf jeden Fall was. Da würde ich ihn auf jeden Fall anschauen. Wenn man auch mal in die Gruppe guckt, in die Metropostik-Gruppe auf Facebook, sieht man auch, die schlechteste Bewertung ist ein Punkt, es hat einer gegeben. Und ansonsten zwischen sieben und zehn. Also er kam schon ganz gut an. Ich glaube gerade bei denen, die wirklich auch Fans von Herr der Ringe sind und so, die haben das ziemlich gefeiert. Den würde ich jetzt auch wärmstens empfehlen, den Film auf jeden Fall anzuschauen. Also wer Herr der Ringe mag und auch der Hobbit mag und was weiß ich was alles und einfach auch noch wissen will, wie und woher das alles kam, für den ist eigentlich der Film ein Muss. Weil man so relativ schön und bildgewaltig teilweise auch sehen kann, okay, das ist die Geschichte von Tolkien. Für alle anderen, die jetzt mit Herr der Ringe nicht so viel am Hut haben, kann man es vielleicht als Biopic empfehlen über eben den Autor Tolkien. Und für alle, die mit Herr der Ringe nichts am Hut haben, die keinen Bock auf einen Biopic haben oder so, die können wirklich warten, bis er irgendwo im Fernsehen oder auf Sky läuft. Dafür müsste ich jetzt nicht ins Kino rennen. Ich war ganz zufrieden, dass ich ihn gesehen habe. Im Endeffekt, ich war jetzt nicht enttäuscht und auch nicht wirklich übermäßig gelangweilt. Für mich war es eine schöne Montagabendunterhaltung mit einem interessanten Thema, auch wenn ich, glaube ich, die Hälfte des Films aufs Handy gestarrt habe, aus anderen Gründen. Aber es war jetzt nicht so ein Abstieg wie im Fußball. Deswegen, Tolkien ist für mich zu empfehlen. Ich gebe, also auf jeden Fall eine Empfehlung und ich gebe ihm sieben von zehn Punkten. Ja, da liegst du ja so im oberen Mittelfeld hier von den, oder die anderen Bewertungen sind eigentlich fast alle besseres. Nur der eine Ausreiser mit sieben sehe ich hier, der, äh, mit eins, der hat sich vielleicht vertippt. Der dachte, ja, eins ist eine Eins in der Schule hier, ich gebe dir mal eine Eins. Ja, keine Ahnung. Vielleicht muss man dem das mal sagen. Okay, na, klingt ja ganz spannend. Also, mich hatte der auch interessiert, also ich gucke die Härte-Ringe-Filme tatsächlich in schöner Regelmäßigkeit wieder. Die werden auch immer mal wiederholt auf Sky. Und wenn ich da irgendwo hängen bleibe, da lasse ich den laufen. Das gefallen mir total gut. Und ich glaube, da wird der Film was für mich sein. Den muss ich auf jeden Fall gucken. Ja, für dich ist auf jeden Fall was. Jo, dann schau mal. Allein wegen Lily Collins. Lily Collins, wer ist denn das? Die Hauptdarstellerin, Lily Collins. Kennst du Lily Collins nicht? Die ist mit dem, äh, mit Collins verwandt, mit, ähm... Edwin Collins. Oh, wie heißt der denn? Phil Collins. Phil Collins, ja. Der ist mit Phil Collins verwandt. Der Papa ist Phil Collins. Warum soll die da was für mich sein? Weil die toll ist. Die ist ja echt eine richtig tolle Schauspielerin. Ich sehe gerade hier auf IMDb, wo hat sie mitgespielt? Love, Rosie. Chroniken der Unterwelt. Atemlos. Hier der mit Taylor Lautner. Mit Taylor Lautner, der Film. Mirror, Mirror. Alles Filme, die ich nicht gesehen habe. Also so, ähm... Oh, jetzt muss ich schon weit nach unten scrollen. Hm, nee. Nee, kenn ich nicht. Wie sieht's denn aus mit den Tipps für morgen? Tipp für die Sneak 1000. Und 3 ist es dann schon. Kurz zuvor, bevor wir zum Tipp kommen, der Hinweis, dass die Sneak im Gloria 1 diesmal stattfindet, weil das Metropol renoviert wird. Die wird neu bestuhlt. Ich verrate jetzt noch nicht, was für Sitze da reinkommen. Ich weiß es nämlich. Aber, äh, Gloria 1 diesmal, wie es dann in der kommenden Woche aussieht, weiß man noch nicht. Das hängt jetzt immer so wochenmäßig ab. Soll allerdings nur im Juni sein. Also 3 oder 4 Mal müssen wir ausweichen. Das als Hinweis, das schreibe ich aber jetzt auch nachher nochmal in die Metropol-Sneak-Gruppe. Und der Tipp für die 1000 und dritte Sneak lautet 200 Motels. Hm, okay. Sind da schon irgendwelche Hinweise eingegangen? Nö. 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 Da hat keiner was getippt. Ihr tippt auch nichts, oder? Ich finde, das ist ein sehr schwieriger Tipp. Das sind sie ja fast immer. Nö, wir hatten auch schon sehr einfache. So, das, ja. Ich wüsste jetzt nicht, was kommt, was irgendwas mit Motels zu tun hat. Vielleicht irgendein Diplomat auf Reisen. Ne, ein Diplomat eigentlich nicht. Oder irgendein Staubsauger-Vertreter auf Reisen. Was weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt in der nächsten Zeit was anläuft in die Richtung. Dann tippe ich mal den Film Rebellinnen. Leg dich nicht mit ihnen an. Mit meiner Lieblingsschauspielerin Yolande Moreau aus Belgien. Weil ich glaube, die sind dann irgendwo unterwegs auf der Flucht oder so was und kehren in irgendwelche Motels ein. Wenn ich mich da richtig einhabe. Mal sehen. Hervorragend. Muss nachher eintragen hier auf der Seite. Darf ich nicht vergessen. Ja, dann kommen wir. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Kommt der? Ja gut, da darfst du jetzt nicht sagen, ob der kommt. Nee, aber ich weiß, was kommt. Dann gucken wir doch mal weiter, was wir sonst so gesehen haben. Ich habe Detektiv Pikachu geschaut. Also besser gesagt, Pokémon. Nee, wie heißt es genau? Moment, jetzt muss ich hier schauen. Meister Detektiv Pikachu. Pokémon, ja, Meister Detektiv Pikachu. Ähm, da waren wir. Wird das so französisch ausgesprochen? Nee, das heißt eigentlich Pikachu. Pikachu? Pikachu. Pikachu. Pikachu? Pikachu. Pikachu. Le Petit Pikachu. Le Petit Pikachu. Le Petit Pikachu. So, ein Film von Rob Letterman. Ich weiß nicht, ob der verwandt ist mit David Letterman, wenn wir heute schon solchen Namen spielen. Ist der Sohn? Das stimmt, der Sohn. Das ist die Tochter von Phil Collins. Genau. Die Tochter von der Frau von Phil Collins. Ryan Reynolds spricht Pikachu und auch in der deutschen Synchronisation spricht die Synchronstimme von Ryan Reynolds den Pikachu, was unglaublich passend ist, aber dazu komme ich später. Es geht darum, dass ein junger Mann, Tim, der lebt in, äh, ein bisschen außerhalb von, von Ryan City, was ja diese berühmte Pokémon-Stadt ist und sein Vater lebt in Ryan City und er ist wohl bei einem Unglück verstorben. Er ist, sein Vater ist so Detektiv und der ist bei einem Unglück verstorben in Ryan City bei der Ermittlung zu irgendeinem schwierigen Fall. Und da begibt sich der Sohn, der mit seinem Vater schon vor längerer Zeit irgendwie gebrochen hat, ähm, begibt sich dann nach Ryan City in das Apartment des Vaters und, ähm, ja, will dort halt mehr oder weniger so die Wohnung ausräumen und mit dem ganzen Thema abschließen. Und dort trifft er auf, äh, Pikachu, was der, das Pokémon des Vaters war. Also jeder in Ryan City hat irgendwie so ein, so ein Pokémon. In dieser Stadt leben die Menschen und die Pokémon halt zusammen. Manche Pokémons, die haben halt auch keinen, keinen Menschen, die turnen dann halt an irgendwelchen Laternenmasten rum oder sitzen auf irgendwelchen Dächern oder fliegen einfach rum. Aber die Menschen, die haben meistens alle so ein, so ein Pokémon. Viele haben so ein Arcani, wie so ein Hund neben sich laufen lassen. Ähm, und die Pokémon können halt immer nur den, den Namen, ihren Namen sagen. Also gibt's dann einen, der sagt immer Anton, Anton. Und eben, äh, Pikachu kann ja eben nur Pika, Pika. Und alle verstehen halt immer nur Pika, Pika. Und das ist jetzt nicht so wie bei R2-D2, der einmal die Lüt macht und so, was hast du gesehen? Na, okay, wir müssen das Video holen. Ähm, sondern, äh, das ist halt wirklich so, dass die Menschen nur, weiß ich, Pika, Pika verstehen und so. Das ist halt irgendwie. Darf ich ganz kurz einhaken? Du hast gerade nicht ernsthaft Pikachu mit R2-D2? Nein, von der Sprache her, also von diesem, dort scheint es ja zu sein, dass jeder dieses Piepsen versteht. Aber hier ist halt so, niemand versteht das Piepsen, also von den Menschen jetzt, ne? Ähm, sondern die Menschen und die Pokémon sind über ihre Emotionen irgendwie miteinander verbunden. Das heißt, das Pokémon kann irgendwie erkennen, was der Mensch will oder so, ne? Also die verstehen sich auf einer nonverbalen Art. Und umso komischer ist es, dass das Pikachu von dem Vater von Tim, ja, sprechen kann. Beziehungsweise, dass Tim das versteht, was, was das Pokémon spricht. Also alle anderen verstehen noch Pika, Pika. Und er versteht, hey, was soll denn die Scheiße hier? So, ja, ich will mal testen, ob du mich verstehen kannst. Guck mal, dumm. Äh, was? Ich kann das verstehen? Okay. Also, da sind halt so ganz viele so Witze drin, teilweise auch so ein bisschen, ja, so in eine Deadpool-ige Richtung, sag ich mal. Auch so Anklänge an bestimmte Erwachsenen-Humor-Witze. Äh, sind natürlich viele Witze für Kinder drin, aber sind halt auch so ein paar Sachen drin, wo man sich als Erwachsener schlapplacht. Gerade, wenn man so ein bisschen den Hintergrund kennt von Ryan Reynolds und, äh, Deadpool und so weiter. Und, ähm, man hört halt dann auch immer so ein bisschen Deadpool da reden. Gerade, wenn dann irgendwie was gemacht wird. Und, ja, der Junge, also der, der, das Pokémon, das Pikachu, hat halt mit dem Vater zusammen als Detektiv gearbeitet. Deswegen ist das auch ein Detektiv. Ähm, nicht jetzt ein Meisterdetektiv, weiß ich nicht. Ich glaube, das fällt nie. Das ist wahrscheinlich so ein deutscher Zusatztitel hier. Ähm, ja, und das Pokémon, das Pikachu ist halt dabei zu ermitteln, wo der Vater, sprich der, der Partner von dem Pikachu abgeblieben ist, ja. Äh, das Pikachu meint halt, ähm, der Vater ist nicht tot. Und, äh, er lebt wahrscheinlich noch und hat da auch irgendwelche Anzeichen oder fühlt das und will da jetzt Ermittlungen einstellen, wo der Vater sein könnte, was da passiert sein könnte. Weil das Pikachu, was bei dem Unfall mit dabei war, hat auch einen totalen Filmriss. Also weiß nicht, was da passiert ist. Und, ja, nach und nach finden sie dann halt so diverse Hinweise. Das ist halt so eine Detektivgeschichte. Und finden dann so ein Video, wo sie sehen, was passiert ist und kommen halt dann dem, dem Eigentlichen immer näher, was dann natürlich eine, auch eine ziemliche Enthüllung ist und wo, was natürlich bis nach ganz oben reicht. Und, ja, und wer da mit drin hängt oder wer nicht mit drin hängt oder was da so passiert, das will ich natürlich nicht verraten. Ähm, ist auf jeden Fall für Pokémon-Fans. Und mein kleiner Junge ist ja mittlerweile einer, seit ein paar Monaten, ähm, sammelt er auch diese Karten, weil die spielen da auch mit Pokémon im Hort immer und hat da jede Menge Karten. Kennt die alle, ja, kennt alles Weiterentwicklung. Also er hat nie Pokémon Go gespielt, aber der kennt das alles von den Karten her und so. Und das ist natürlich ein Riesenfest, weil du siehst dann, siehst du eigentlich so viele Pokémons, aber viele sind auch so total irrelevant für die Story. Die sind halt einfach irgendwo mal im Hintergrund, ja, mal ganz kurz so für eine, für eine halbe Sekunde oder so, dann erkennst du mal, ach, das ist doch so einer und, hm. Und das ist echt schön gemacht und auch so die, die Art und Weise, wie die sich, äh, benehmen und, und bewegen und so und wie die animiert sind, das sieht echt toll aus. Die Story selbst fand ich, fand ich sehr, sehr dünn. Ähm, ist halt wahrscheinlich, damit es auch so ein bisschen kindgerecht ist und das ist halt mehr so ein, ja, wir gehen von A nach B, finden da den Hinweis und gehen dann zu C und finden da den Hinweis und gehen zu D. Ähm, und dann kommen wir mal der Sache näher, haben wieder einen Rückschlag und fangen wieder an und so. Ähm, das ist halt, ja, nicht so wahnsinnig spannend, was aber jetzt für die, für die Kinder eher gut war. Also ich saß, wir waren jetzt im Kino, ähm, das war eine Nachmittagsvorstellung, 15 Uhr 45, jetzt, nachdem der Film jetzt schon ein paar Wochen läuft und das Kino war fast voll. Also es war jetzt nicht der große Saal in Ludwigsburg, ähm, sondern das war so ein, ein etwas kleinerer Saal, aber es war trotzdem sehr, sehr gut gefüllt und viele, viele Eltern mit Kindern drin und die, die Kinder hatten Spaß, die Eltern hatten auch Spaß. Und ich glaube gerade so für diese Zielgruppe, ähm, ja, kleine Kinder bis mittler, äh, so mittleres Alter, so vielleicht so, ja, bis, bis zu so Jugendlichen mag das echt wahnsinnig gut funktionieren, der Film. Aber auch die Älteren haben trotzdem Spaß, das finde ich, der, der kriegt gerade so die, die Kurve hin. Wenn das jetzt zu spannend gewesen wäre oder, oder zu groß ist, ist wieder für ganz kleine nix. Ähm, deswegen, der, der findet gerade so die Kurve, also meine, meine Bewertung gibt das jetzt nicht so ganz wieder, wie gut ich den Film eigentlich finde, weil ich gebe dem Film also insgesamt 6,5 von 10. Aber ich finde der, der ist, der ist wirklich gut durchdacht, äh, der funktioniert gut für alle möglichen Altersklassen. Und deswegen ist der auch so ein Kinoerfolg gewesen. Ja, also mir hat er auch Spaß gemacht und wir hatten eigentlich alle Spaß. Was war denn da? Zu dritt drin? Ja. Kann ich, kann ich empfehlen. Man muss den, glaube ich, nicht unbedingt im Kino gucken. Äh, wir haben den in 2D geschaut. Es waren so ein paar Szenen drin, die waren so extra für 3D gemacht, hat man gemerkt. Und dann irgendwelches Glas Richtung Kamera fliegt und so. Ähm, dann gibt's so eine Szene, da machen sie so ein Hologramm, erschaffen sie dann, um dann sowas, äh, ja, ablaufen zu lassen, so eine Art Film. Das sieht bestimmt gut aus in 3D, aber sonst braucht's auch kein 3D. Ja, hat mir, hat mir gefallen. Also ihr könnt da gerne mal warten, bis der dann irgendwie im Heimkino erscheint. Also fürs, ins Kino muss man da jetzt nicht unbedingt, ist jetzt nicht so der riesen Kinofilm, den man auf der riesen Leinwand gesehen haben muss. Aber, wenn ich gerade ein Falle, wir hatten ein paar coole Trailer, ich mag ja Trailer. Es kam der Trailer zu Spider-Man Far From Home, fand ich saugeil, den, den, den Trailer, äh, boah, das ist echt, echt gut, ne. Den, also den muss man, glaub ich, auf der großen Leinwand sehen, da sind so ein paar Szenen drin. Ja. Ja, da freu ich mich auch drauf. Weiß gar nicht, was man noch für Trailer, die anderen waren jetzt nicht so, aber, ja. Okay, dann das Mikrofon zu euch, weiß nicht, wer beginnen will, ihr habt da auch ein bisschen was. Der Grüß. Soll ich, soll ich, soll ich kurz die, die machen, wo bei mir, also drei Stück machen, wo bei mir relativ schnell gehen? Ja. Weil die der Erik ja schon episch vorgestellt hat. Und, und da kannst du gleich mal ein bisschen abwerten von meinen, ach nee, Shad of the Dead hatte ich auch nicht so besonders. Ja, Shad of the Dead fangen wir doch mit dem an, den durfte ich jetzt auch sehen. Und, ja, die Idee ist ja nicht, einfach nichts Neues. Es ist, ähm, mir, mir ist es einfach zu viel, äh, billig Sex-Selves gemacht mit, oh, ich fasse jetzt an die Brust und, oh, ich beiße dir die Zunge ab und, oh, lass uns doch hier ficken. Und, oh, wir wollen ficken und alle wollen ficken und es geht eigentlich nur noch um Menschen essen und ficken. Nö, Mensch. Wenn, ja, Entschuldigung. Haben doch Explicitekt hier. Menschen, Menschen verachten, niedermetzeln und ficken. Besser. Ähm, und, ja, wenn man, wenn man so in diese Richtung geht, dann sollte man es, denke ich, äh, kompletter gehen. Dann möchte ich allerdings auch gleich ein, äh, ein Zombie-Porno draus machen. Oder sollte man vielleicht draus machen, dann sollte er vielleicht auch Porn of the Dead heißen. Keine Ahnung. So bleibt es bei, äh, unwürdigen, dummen Anspielungen, äh, insgesamt, ja, wie gesagt, es ist nicht so schlecht mit den Zombies. Die sind nicht ganz in Ordnung. Aber die Story ist dann, äh, ja, entstanden auf einem Bierdeckel und auch so erzählt. Also deswegen, schade, hat, hätte Potenzial gehabt, hat aber nichts draus gemacht. Von mir gibt es drei von zehn. Deswegen finde ich das auch so schade, weil der, der hätte wirklich, also gerade wenn, ich meine, die Leute wussten, dass sie kein Budget haben. Da, da muss man doch irgendwas Cooles machen. Man kann doch nicht einfach so sich irgendwo ein bisschen was zusammenklauen und das irgendwie nur so Halbseiten da fertig machen. Sondern da muss man doch irgendwas Eigenes mit reinbringen. Ich hatte nirgendwo, nirgendwo so ein Alleinstellungsmerkmal von dem, von dem Film. Ähm, wo ich sag, oh, wie bei Shaun of Dead, was fällt dir bei Shaun of Dead ein? Mir fällt dann zum Beispiel das mit den Schallplatten ein, wo ich denke, das war so geil. Wo ist dann dann die Schallplatten, ah nee, die nicht. Und so. Ja, ja. Oder, ja, so coole, so coole Szenen, an die man sich erinnert, wo man denkt, boah, das war jetzt cool. Und so, und das mal so punktuell an bestimmten, ja, schade. Ja, ist, wie gesagt, sehr schade. Ähm, ja, das ist also zu Shad of the Dead. Und dann habe ich noch Mid-90s auch sehen dürfen inzwischen. Und auch hier, ja, ist es gedreht so im 90er-Jahre-VHS-Style. Das ist ja ganz nett und blieb, blub, blub und die Geschichte. Ja, es ist ein rebellierender kleiner Jugendlicher, der halt Anschluss sucht und findet und in der Gruppe und da die Problematiken. Und, äh, ich fand's teilweise schauspielerisch etwas anstrengend. Ähm, an die Bildqualität hat man sich gewöhnt, weil man's von früher einfach kennt. Äh, trotzdem fand ich, ja, es ist auch da wieder sehr, sehr dünn alles. Äh, nicht, vielleicht nicht zu Ende gedacht. Das Ende fand ich dann ein bisschen komisch sogar, wenn ich ehrlich bin, weil es hört für mich ein bisschen abrupt dann auf. Ähm, ich glaube allerdings nochmal eine halbe Stunde von dem Film hätte ich mir nicht gegeben. Ähm, ist auch schade. Hätte vielleicht Potenzial gehabt, äh, hat's allerdings auch nicht konsequent ausgenutzt. Rutscht bei mir auf vier von zehn Punkten. Das finde ich, ja. Aber hatte ich ja schon gesagt gehabt, als ich meine Kritik zusammengefasst hab. Hast du angekündigt. Ja, man muss halt, muss halt da in diesem, ja, wenn man da irgendwie so ein bisschen connecten kann, wo man sagt, boah, das ist ja jetzt cool und so, dann ist es einfach so ein, ich sehe jetzt gerade meine eigenen Erinnerungen da in diesem Film, ja. Ja, vielleicht auch Erinnerungen, die man vergessen hat oder, ja, vielleicht auch Erinnerungen, die man nie hatte. Kann auch sein, weißt du, sieht man in diesem Film und man denkt, ah ja, das war cool. Ach nee, das habe ich ja gar nicht erlebt oder so. Ähm, das hat jemand anders vielleicht erlebt und mir erzählt oder so. Und das, das fand ich halt sehr schön, auch diese, ja, diese Nostalgie, der Nostalgie-Faktor war halt da bei dem Film. Ja, ja, so ein bisschen, also wie gesagt, ja. Und dann, drei plus vier gibt sieben und sieben Punkte habe ich tatsächlich Aquaman gegeben. Weil... Was habe ich denn da gegeben? Ich, du hast ihm wahrscheinlich fünf oder sowas gegeben, keine Ahnung. Ja, ist ja nicht so weit weg. Aber ich, ich, ich muss wirklich sagen, also ich habe, ich habe mir den angeschaut und ich habe ihn auch wirklich teilweise in Ruhe angeschaut. Und ja, er hat extrem dumme Sprüche. Ja. Ja, also wirklich extrem dumme Sprüche. Extrem unpassendes Verhalten, weil man halt versucht so ein bisschen, haha, wir sind ja so ein bisschen kindisch und hahaha. Auf der anderen Seite hat er auch wieder sehr coole Szenen. Und ich fand auch das mit der Unterwasserwelt, du hast ja gesagt, das hat dich ziemlich, ziemlich genervt. Sag mal aus, wie findet Nemo, ey, ich weiß nicht. Das fand ich jetzt nicht so, das fand ich eher relativ spannend sogar. Ähm, was, was mich so ein wenig genervt hat, äh, war, das ist, da darf ich fast gar nicht laut sagen, aber, war tatsächlich Amber Hart. Weil Amber Hart in der einen Szene, in der einen, in manchen Szenen mega heiß aussieht, Entschuldigung, wenn ich das so, so deutlich sage, also wirklich so, wow. Und dann auch richtig einen raushaut und dann eine Szene später trägt sie ein Quallenkleid und sieht einfach nur noch aus wie eine von Disney verstoßene Rotzprinzessin. Und, ah, kommt dann teilweise mit Sachen auch nicht klar und das war, ich, ich, die, die wandelte so zwischen, hey, das ist sexy und hey, das ist super nervig, rothaarig. Das fand ich anstrengend. Leider, also, da haben, das haben, da haben sie die Mera, haben sie meiner Meinung nach ein bisschen verheizt. Willem Dafoe fand ich cool als Vulko. Ja, fand ich auch gut. Und Patrick Wilson als King Orm fand ich eigentlich auch ganz gut. Wer, wer mir überhaupt wiederum nicht gefallen hat, war Nicole Kindmann. Die fand ich ganz anstrengend. Ja, die haben sie auch so künstlich verjüngt und so, ne? Ja, aber das ist so ganz, ganz anstrengend. Aber Dolph Lundgren war auch mal wieder cool, den zu sehen fand ich. Ja, Dolph Lundgren, ja, ja. Mit seinen beschränkten schauspielerischen Fähigkeiten. Aber für den Film hat es gereicht. Insgesamt bleibt ein Unterwasser-Abenteuer, das, ja, viel im Trailer schon verrät. Leider, muss man dazu sagen. Manch eine Action-Szene vielleicht oberirdisch weniger gebraucht hätte. Black Manta zum Beispiel war, ja, schön, dass er da ist. Ich bin jetzt da. Muhaha, ich bin der Oberbösewicht. Und du denkst dir nur so, Alter, wir wissen alle, wie es ausgeht. Oh, er fällt ins Wasser. Oh, er kommt bestimmt im zweiten Teil zurück. Oh. Das war so auch, ja, ich will nicht sagen verschenkt, aber verschenkt. Deswegen, viel Potenzial eigentlich drin. Aus einem Aquaman ist scheiße. Eigentlich was Ordentliches im Endeffekt noch gemacht. Deswegen kriegt er von mir sieben von zehn Punkten. Weil da jetzt, eigentlich war er bei sechs von zehn, aber ich habe jetzt einfach mal die positiven Seiten von Amberheart, die sexy Seiten, einfach mal einen Punkt aufgewertet. Oder einen halben Punkt aufgewertet. Und damit ist er bei sechseinhalb. Und sechseinhalb gerundet sind einfach sieben. So. Ich folge so einer, auf Instagram so einer Cosplayerin. Und die macht auch manchmal das, das Mirror. Das sieht auch gut aus. Hast du, wie gesagt, nicht so schlecht wie gedacht. Ja, du hast ja jetzt gerade erwähnt, ja, da kommt der und da hat die Szene. Ich kenne die alle nicht, weißt du? Und das ist so, ja, da wieder, just another one. Okay, was ist da jetzt passiert? Keine Ahnung. Also, es wird ja nicht erklärt für die, die es nicht kennen. Das ist auch noch so ein Thema vielleicht. Also, ich saß dann da, okay, wer war das jetzt? Keine Ahnung. Okay, weiter geht's. Also, das lief, es war was an mir vorbei, dieser Film. Und dann diese Unterwasser-Findet-Nemo-Szenen da irgendwie, das da alles, haben sie alles so weich gezeichnet. Na klar, es sollte halt irgendwie, hey, wir sind unter Wasser, ja, es ist halt ein bisschen anders. Aber das war mir alles irgendwie so künstlich. Und auch dieses ganze Gehabe da, ja, ich bin hier der Thron und Thron-Inhaber. Es war so, man wusste gleich, man wusste am Anfang, wie es ausgeht, oder? Ja, das ist also, naja, okay. Ich habe auch noch einen Film geschaut, wir hatten einen Link zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir den gucken konnten. Ein Film, der jetzt gerade im Kino läuft, ich glaube, der war letzte Woche noch in den Kinocharts, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich The Silence. Und wir hatten ja in der Sneak Preview den Film A Quiet Place und da sind doch deutliche Ähnlichkeiten, ähm, zu diesem Film, der, ähm, The Silence, also Hauptrolle spielt Stanley Tucci und, äh, Kiernan Shipka und Miranda Otto spielen noch mit. Und die Kiernan Shipka, die heißt im Film Ellie und die ist, ähm, taubstumm, jetzt überlege ich gerade, nee, oder kann die nur nicht, nicht sprechen? Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich weiß nicht, ob sie ganz taubstumm ist. Auf jeden Fall hat sie ihr Gehör erst, ähm, in einem höheren Alter verloren, also nicht, also sie konnte, als sie klein war, konnte sie, äh, sprechen und hören, hat das dann aber bei einem Unfall verloren, das wird auch im Film relativ am Anfang erzählt und, äh, deswegen, ja, kann sie auch richtig sprechen, sie spricht jetzt nicht so, wie manche Gehörlose sprechen und, ähm, es passiert am Anfang etwas, das sieht so ein bisschen aus wie damals, äh, die Älteren werden sich erinnern, es gab mal einen Akte-X-Kinofilm und da gab's einen Trailer dazu, den hab ich etliche Male im Kino gesehen, den Trailer, das heißt irgendwie dunkle Höhle, Leute steigen irgendwie runter, reisen irgendwas auf und wo dann beim Akte-X-Trailer plötzlich so aus dem Dunkel eine Stimme kam, Scully oder Mulder, ich weiß nicht mehr, ähm, wo dann im Kino so alle so, ah, alle dachten, ja, jetzt kommt ein Trailer für einen Horrorfilm und dann kommt, äh, Mulder? Ähm, hier ist es dann so, hier brechen dann irgendwelche Wesen sich den Weg, also man gräbt sich da wohl in die tiefste Höhle von allen tiefen Höhlen und dann öffnet man sowas, ähm, hier, The Mag lässt grüßen und, ähm, dann kommen irgendwelche Tiere zum, ja, die brechen dann halt aus, die da seit Jahrhunderten in dieser Höhle eingeschlossen waren, die natürlich nicht sehen können, aber ein hochentwickeltes Gehör haben, so eine Art Fledermaus-Tiere, die dann sich sofort brachial vermehren und über die ganze Erde hinwegziehen, überall, wo Geräusche, ähm, stattfinden und Menschen machen nun mal Geräusche, wenn sie sich bewegen oder leben, einfach nur, deswegen, ähm, wird das relativ schnell dezimiert dann und die Überlebenden finden dann raus, was man tun muss, damit man nicht, ja, damit man nicht attackiert wird, ähm, unsere Familie kommt jetzt auf die grandiose Idee mit einem Auto, kein Elektroauto in Klammern, ähm, loszufahren, um eben erst mal überhaupt aus der Stadt rauszukommen und erst mal ein bisschen Abstand zu gewinnen, weil die, diese Wesen haben sich erst mal auf die Städte fokussiert, weil natürlich die meisten Menschen sind, diese attackieren können, die Krach machen, die werden von Schallquellen halt angezogen und, ja, unsere Leute, die flüchten halt zusammen mit ihrem Nachbarn erst mal aus der Stadt raus, wollen irgendwie so in den Wald, wollen irgendwie das Ganze irgendwie durchstehen, bis das irgendwie vorbei ist und, ja, so diese typische Prepper-Denke, ähm, ja, sie werden dann natürlich attackiert und müssen dann noch zu Fuß weiter, weiter fliehen und kommen noch mit den dubiosesten Leuten zusammen, die sich da schon irgendwie arrangiert haben und, ähm, dann ist es wie bei, bei vielen solchen, ja, in Anführungszeichen Endzeit-Filmen, ähm, wo dann so ganz, ganz dubiose Gruppierungen, das war ja bei Walking Dead auch, ne, du triffst irgendwie Überlebende und weißt jetzt nicht genau, ja, wollen die dir jetzt, wollen die dir jetzt gut ist, ist das jetzt gut, dass du die triffst und wäre das jetzt gut, dich denen anzuschließen oder haben die noch eine andere Agenda oder sowas und so ist es halt hier auch und, ja, dann gibt es noch so ein bisschen so eine Art Home-Invasion-Szene, aber insgesamt, ah, verkackt der Film auf so vielen Ebenen, das kann man gar nicht zusammenfassen, ähm, es ist einfach, äh, es ist einfach, äh, es ist einfach null spannend, also es ist irgendwie, ähm, ja, wo man jetzt bei The Quiet, äh, oder A Quiet Place hieß es ja, A Quiet Place, wo man jetzt diese eigentlichen Wesen ja nie so richtig sieht, ja, wo das immer so aus dem nichts kommt und irgendwie passiert was und es raschelt irgendwo und sowas, wo so eine Spannung aufgebaut wird, die, die ganz, hier, volle Kanne drauf, du siehst diese Viecher, die voll schlecht animiert sind. Die siehst du in The Quiet Place auch. Ja, aber erst, auch noch nicht am Anfang. Das ist so ein bisschen weißer Hai-mäßig, also du, du siehst mal ein bisschen was, dann raschelt es mal hier und das eigentliche oder die eigentlichen Monster siehst du erst relativ am Schluss. Oder im letzten Drittel, wo die dann im Haus sind und so, wo die dann fighten müssen. Sorry, falls ich jetzt jemand in The Quiet Place ein bisschen, ähm... Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Aber hier ist es so, hier siehst du es gleich am Anfang. Also, und die sind voll schlecht animiert, das sieht so ein bisschen aus, ich weiß nicht, ob das eine Hommage an Ray Harryhausen sein sollte, also sieht so ein bisschen Stop-Motion-mäßig aus, also voll richtig schlecht so, ähm, und, und, und. Da gibt's dann so Szenen, ich mein, sowas wird ja alles so vom Greenscreen gedreht und das irgendwie dann nachher rein und, aber irgendwie wussten teilweise die Schauspielerinnen jetzt nicht, wo jetzt diese Wesen sind in dieser Szene, so wirkt es zumindest, weil diese Viecher wurden ja dann nachträglich eingefügt. Das heißt, die gucken manchmal, wenn sie, ah, heben so die, ihr könnt mich jetzt nicht sehen, ja, aber die heben so die Arme in eine Richtung, um irgendwas abzuwehren und da ist aber gar nichts, weil das ist nämlich auf der anderen Seite vom Computer eingefügt worden, ne, und sowas. Also voll, ähm, ach nee, hat mir nicht gefallen. Ähm, hätte gut sein können, aber das Original ist einfach besser. Ich glaube, wenn ich es so erzähle, diese 5,5, die hier bei uns drinstehen, die muss ich nochmal abwerten. Ich gebe 4,5. Ist ganz okay, also im Kino muss man den überhaupt nicht sehen. Also, definitiv nicht. Den kann man, wenn, dann zu Hause mal vielleicht angucken oder so. Ja. Jetzt wollen wir jetzt keine Kinos sehen. Und ihr habt noch einen Film, den muss man wahrscheinlich sehen, den hab ich mir auch vorgemerkt. Bitteschön. Hm, Schweigen im Ball. Okay, darf auch mal was sagen. Also, ich muss das sagen. Ich bin aber gar nicht vorbereitet. Ja, manndominierte Sendung hier, das kann ja nicht sein. Immer, immer. Ich bin für die Serienabteilung zuständig. Nein. Wir haben uns gestern auf Amazon Glass geklickt. Und zwar ist Glass der dritte Teil einer Reihe von M. Night. Ich kann den Namen nie aussprechen. Shyamalan. 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 Ja, wir wissen, wer gemeint ist. Keine Ahnung. Shyamalan, ja. Unersprechlich. Und zwar, wir kennen ja den ersten Teil Unbreakable mit Bruce Willis, der nach einem Zugunglück als einzigster Überlebender übrig bleibt. Und wird dann von Mr. Glass damals schon, ja, wie heißt er? Genau, richtig. Nick Fury. Angesprochen und quasi fast schon dazu überredet, dass er besonders ist, Samuel L. Jackson. Im zweiten Teil lernen wir dann die Horde kennen. Im Teil Split heißt er. Wird gespielt von James McAvoy, der insgesamt 25 Persönlichkeiten in sich vereint. Und die nicht alle ganz Gutes in sich haben. Manche dürfen gar nicht zum Vorschein kommen, weil die anderen stärker sind. Und darunter sind mehrere Frauen, ein gewaltsamer Typ, ein neunjähriger Junge. Also wirklich eine Mischung aus sämtlichen Richtungen. Einer, der nur Ausländisch spricht. Ich glaube, Spanisch war es. Und das sind quasi diese drei Hauptcharaktere jetzt auch im dritten Teil in Glass. Denn eine Frau, gespielt von Anya Taylor-Joy, ist das die? Nee, warte mal. Ich frage noch jemand anderes. Macht sich zur Mission diese... Nee, Sarah Paulson ist es. Macht sich zur Mission quasi, diese Menschen davon zu überzeugen, dass sie keine Art Superhelden oder Villians sind, die irgendwelche Superkräfte haben. Sie ist der Meinung, dass das einfach nur eine Wahnvorstellung ist. Und sie versucht es denen klar zu machen und sperrt sie quasi alle in der Psychiatrie ein, alle drei. Und so treffen die drei auch das erste Mal zusammen miteinander aufeinander. Und Glass hat halt, oder Mr. Glass hat halt ein bisschen andere Pläne. Bruce Willis will eigentlich nur nach Hause und zurück zu seinem Sohn. Und James McAvoy in seinen verschiedenen Rollen will einfach nur Menschen quälen wieder. Ja, und es geht halt darum, was passiert, wenn diese drei aufeinandertreffen? Was ist der Plan hinter Glass? Und kann Sarah Paulson alles widerlegen? Ja, es ist alles ein bisschen verstrickt. Man darf gar nicht so genau viel erzählen über die Story, weil es sehr verstrickt ist und auch viel mit den ersten Teilen, wie zum Beispiel Unbreakable, zu tun hat. Aber es kommt halt alles jetzt zusammen, was zusammengehört. Ja, findest du gut? Ja. Ja, mir hat es ganz gut gefallen. Ich glaube, ich hätte vielleicht Unbreakable vorher nochmal gucken sollen. Muss man aber nicht gezwungenermaßen. Also man sollte halt wissen, was der Charakter von Bruce Willis kann. Ja, 19 Jahre, glaube ich, oder so. Habe ich ja irgendwie damals den Gera noch im Kino gesehen, kann ich mich erinnern. Ja, der ist schon uralt. Ewig, ja. Und man sollte halt vielleicht auch Split gesehen haben, um eben diese verschiedenen Charaktere zu kennen. Also man sollte die anderen Filme schon kennen, ja, um diesen dritten Teil zu schauen. Mir hat er sehr gut gefallen. Ich fand halt wieder James McAvoy unfassbar gut. Der Typ, was der für Rollen spielen kann, unfassbar, unfassbar. Ja, mir hat es echt gut gefallen. Ich fand es einen gelungenen Abschluss dieser Filmreihe. Ich weiß gar nicht, ob das ursprünglich als Filmreihe geplant war, weil jetzt ja zwischen Unbreakable und Split zu viel Platz war. Ich glaube, fast eher nicht. Hat das eigentlich auch scheinbar lang gedreht, den jetzt? Äh, ja, ich glaube schon. Okay. Ja, Regie Schürr auf jeden Fall. Und Regie Schürr. Ja, Regie. Mhm, ja. Und er hat es auch geschrieben. Also mir hat ja Unbreakable sehr gut gefallen und Split, habe ich gesehen, hat mir auch nicht so gefallen. Sollte ich jetzt Glass gucken? Ja. Warum hat dir Split nicht gefallen? Ach, ich weiß nicht, das war mir so, ich weiß nicht, das war mir so, so verschwurbelt dann und auch diese, wo der die Mädels da gefangen hat und dann immer in diese einzelnen Rollen da reingesprungen ist und ich weiß nicht, das hat mir, also so von der Story hat mir das nicht gefallen, ja. Es war ein guter Film, habe ich auch damals gesagt, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, oh yeah, da kommt jetzt Split 2 oder sowas, den muss ich unbedingt gucken. Das ist ja jetzt nun was anderes, das wird halt jetzt zusammengeführt, aber ja, so dieses ganze psycho-verrückte Ding da, was sich so auf eine Person fokussiert, das hat mir jetzt nicht so wahnsinnig, ja, also war jetzt nicht so storymäßig so ein riesen Hook, wo ich gesagt hätte, ja, das hat mich. Trotzdem, ich könnte empfehlen, den anzugucken. Ja, okay, dann mache ich das mal. Ist ja dann, wenn es den jetzt bei Prime zum Kaufen gibt, dann wird es ja nicht mehr lange dauern, dann gibt es den dann irgendwo regulär zum Gucken, vielleicht, vielleicht gibt es auch irgendwo ein, ich kann mal gucken, bestimmt habe ich irgendwo so eine Screener-Einladung gekriegt oder irgendwie eine Blu-Ray-Sichtung oder so. Ja, vielleicht, dann werde ich das mal nachholen, hm? Ja. Und Chris, du hast ihn ja auch gesehen. Ich habe ihn auch gesehen, ich fand es eigentlich ganz, ganz cool auch, also, ich war ja nach Split auch eher so, so, hm, ja. Ah, okay, abgefahren, nur jetzt erzählt es halt wirklich das auch konsequent weiter und fügt halt die Teile zusammen und das, es ist sehr viel Text im Film, sehr viel Text, das muss man auf jeden Fall sagen und, ja. Was meinst du mit Text, viele, viele Dialogszenen oder? Ja, ganz viel Dialog, ganz, ganz viel Dialog, also, da muss man, man muss schon ein bisschen dabei bleiben, sonst könnte einem das ein oder andere rausrutschen oder einfach rausgehen und, äh, es ist, ja, ich weiß aktuell noch nicht, ob die Geschichte wirklich damit zu Ende erzählt ist. Ah, okay. Wie viel gibt es denn da, ist es ein Universum da, äh, mit diesem einen, der unzerbrechlich ist, mit dem anderen, der Glas ist, mit dem anderen, der, äh, Leute sieht hier, ist es, gibt es da noch mehr in diesem? Dazu sage ich jetzt mal nichts. Ja, ist das irgendwie eine Comicreihe oder was? Auch dazu sage ich jetzt mal nichts, weil das, das würde jetzt zu viel wieder verraten, wenn man da jetzt was sagen würde. Die fünf lustigen Leute hier, ich weiß nicht, oder? Ja, die fünf lustigen Reiter der Apokalypse, nee, nee, äh. Okay. Das, das, also, nee, da, da, da würde ich dann, würde ich sagen, schau ihn dir an. Okay, ja, nee, ist das sowieso schon vorgemerkt, also, dann, ich wollte nur wissen, ob das zu sehr in die Richtung Split geht oder ob es mehr so in dieser, uh, was ist denn das, was ist denn mit dem los und so, äh, aus Unbreakable geht, ne? Dann, aber wahrscheinlich wird es eine Mischung aus allem sein und ich wäre dann doch, hm. Was halt, was ich halt gut finde, ist am Anfang, du hast halt den Unbreakable gehabt und dann hattest du Split und du wusstest ja bei Split bis zum Ende eigentlich nicht, dass die beiden zusammengehören, ja? Und jetzt wird halt erklärt, warum die beiden denn eigentlich zusammengehören, die Filme. Und das ist das Spannende daran, finde ich. Ja. Und auch diesen ganzen, diesen ganzen, also Glass an sich, also Mr. Glass, der Typ an sich, wird auch nochmal ein bisschen anders beleuchtet. Ohne das zu wissen, da gab es bestimmt Experimente mit den Babys damals, wo die alle Babys waren, wurden irgendwelche furchtbaren Experimente mit denen gemacht. Ja, genau so war's. Und da gibt's noch mehr, da gibt's, lass mich raten, es gibt genau 37 insgesamt. Wir sind, wir sind hier nicht bei Fringe. Und das sind, äh, wir kennen jetzt drei, das heißt, das geht noch weiter, die müssen die anderen noch finden. So, das ist so dieses übliche, äh, nee, aber nah dran. Was ich noch sagen wollte, ist, dass, äh, M. Night Shyamalan, äh, Shyamalan, ja selber auch in dem Film mitspielt. Er spielt einen Security Guard. Er spielt ja immer in seinen Filmen mit. Ja, aber das war gut. Macht's ja wie Hitchcock. Ähm, das ist ja immer wieder ein Big-Budget-Film von ihm gewesen. Also diese, ich sag mal, Low-Budget-Filme, wir hatten ja letztens, ähm, ach, jetzt fällt mir gerade der Titel nicht ein, eben hatte ich ihn noch. Das mit diesem, wo der zu seinen Großeltern fährt, dieser kleine Junge, den hatten wir, glaub ich, auch in der Sneak. Weißt du, was ich mein? Der fährt zu seinen Großeltern, der kleine Junge. Ja, wie hieß denn das nur? Ach, Moment, ich gucke. War das, fährt er da mit seiner Schwester hin? Wo die Großeltern weggemacht waren? Wo die Großeltern so creepy sind? Ja, genau, wo alles irgendwie komisch ist und so. Ja, das war auch er. Jatsi! The Visit. The Visit hier. The Visit, genau. Das ist ja wieder ein Big-Budget-Film. Ist ja, also, funktioniert wieder, weil vorher hat er ja solche Sachen gemacht wie After Earth, die Legende von Arn, The Happening. Ja, aber das heißt, man muss sich einfach drauf einlassen und es dann auch versuchen zu verstehen. Bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich werde in ein paar Wochen berichten, wenn ich den dann auch gesehen habe. Dann machen wir erst mal weiter mit den Kino-Charts und Neustarts. Mal gucken, ob da was Interessantes dabei ist für diese Woche. Beginnen wir, wenn ihr bereit seid, mit den Charts. Sehr gerne. Platz 10, Mr. Link, ein fällig verrücktes Abenteuer. Noch nie was von gehört. Ja, wenn man Kinder hat, hat man davon schon gehört. Okay. Platz 9, Royal Corki, der Liebling der Queen. Ja. Platz 8, immer noch Monsieur Claude 2, also auch schöne Eichhörnchen-Taktik hier, immer mal ein Lüsschen holen hier aus dem Top 10. Ich glaube, da wird ganz viele Besucher holen insgesamt. Platz 7, Godzilla 2, King of the Monsters. Da ist ja jetzt das ganze Wochenende noch nicht drin. Ich glaube, der wird noch höher steigen. Wir hatten bei Pikachu, daneben in dem anderen Saal, lief Godzilla. Und ey, das war eine Soundkulisse teilweise. Das hat unseren Film total überdeckt. Das hat richtig da fast die Wände gewackelt. So Uhrzeitschreie und dann manchmal so Riesenbass. Platz 6 ist Rocketman. Da habe ich eine Nachricht bekommen von Raiko aus Hamburg. Der hat ihn gesehen gehabt und war sehr, sehr begeistert von diesem Film. Also muss ganz toll sein. Platz 5? Ja, Platz 5, Glam Girls, hinreißend verdorben. Aha. Mit Anne Hathaway und Rebel Wilson. Ein Film, den ich definitiv auslassen werde. Vielleicht bestimmt durch alle möglichen Ladies Nights und Sommerkino und sonst was. Platz 4, immer noch Avengers Endgame. Meine Güte, ey. Nicht schlecht. Platz 3, John Wick, Kapitel 3. Platz 2, Pokémon, Meisterdetektiv Pikachu. Und auf Platz 1, die Neuverfilmung von Aladim. Hm, okay. Arabische Nächte. Ganz genau, der ja. Die Neustarts diese Woche. So, das heißt vom... Moment, jetzt bin ich ja schon viel zu weit vorne hier. Es ist diese Woche 6.6. Das ist der Donnerstag. 6.6, ja. Ja, dann, Chris, bitte. X-Men, Dark Phoenix, Reboot der Dark Phoenix Saga, in der Jean... 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 Jean Grey... Jean Grey... Jean Grey... Jean Grey... Jean Grey... Jean Grey... Sophie Turner, die Kontrolle über ihre Macht verliert und zur Gefahr für die Menschheit und die X-Men wird. Mit natürlich Sophie Turner. Jennifer Lawrence, wahrscheinlich das letzte Mal mit Jennifer Lawrence in den X-Men-Filmen, habe ich gehört. Jessica Chastain, McAvoy wird auch dabei sein. Ziemlich voll belastet. Oh, Crossover oder was? Voll gepackt, was? Nee, kein... Kein Glass Crossover. Nein, kein Glass Crossover. Also mit Xavier, mit Magneto, merkt man ja. Michael Fassbender. Kommt raus, alle Charaktere aus X-Men hat der Typ aus Split nur in seinem Gedanken gehabt. Eigentlich ist es ja eher so, guck mal, Deadpool, da sind die ganzen Charaktere, die machen was richtiges. Also, ich habe den Trailer gesehen, ich freue mich tatsächlich ein bisschen drauf, ich überlege da wirklich auch aktiv reinzugehen, wenn ich dann in den Pfingstferien bin. Da würde ich mal auslassen, also das ist nichts für mich. Ja, du hast zuletzt immer die X-Men-Filme ausgelassen und es war nicht immer clever. Das stimmt an sich nicht, ich habe alle gesehen, ich war sogar bei einigen im Kino, allerdings catcht mich das nicht so richtig, diese X-Men-Geschichte. Ich weiß auch nicht warum, es ist irgendwie so, ich weiß nicht, so, hat mich nicht so richtig erwischt, nie so richtig. Ich habe es alle irgendwie gesehen, den einen fand ich besonders gut, den, der so ein bisschen düsterer war, fällt mir gerade der Titel nicht ein, aber na gut. Aber der hier, der gefällt mir schon vom Trailer her nicht, weil ich da auch erahne, wie es, also ich kann vom Trailer her schon erahnen, wie die ganze Geschichte ist. Wenn du mir dann sagst, nö, es ist ganz anders, dann, na, vielleicht gucke ich dann. Das ist eine Vorgeschichte, du kennst ja die Gene schon, also musst du ja auf irgendeine Richtung gehen. Eben, so, dann, ja, und der Trailer, irgendwie habe ich das Gefühl, der verrät mir schon alles, der Trailer. Okay, können wir weitermachen? Ja, TKKG, TKKG, die Profis sind wir. Das TKKG Prequel erzählt, wie sich die Detektive Tim, Klößchen, Karl und Gabi kennenlernen und ihren ersten Fall lösen. Ein Abenteuer für die ganze Familie. Ja, dieses Prequel würde mich noch mehr interessieren. Mit Milan Peschel. Der nächste Film würde mich auch interessieren. Yesterday. In der Musical-Komödie von Oscar-Preis zu kriegen, Danny Boyle, sind die Beatles fast vergessen. Nur ein Musiker erinnert sich noch an die Hits der Swinging Sixties. Finde ich aber jetzt ein bisschen unkünstigen Starttermin, weil ich glaube, das ist so Oscar-Material, ne? Also ich meine Danny Boyle und so Biography, Biopics und sowas, das geht immer gut bei den Oscars. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel Zeit bis zum nächsten Oscars dann. Zwischen den Zeilen eine ungewöhnliche Komödie von Olivier, nehme ich mal an, Asayas, über den erfolgreichen Lektor Alain, der sich mit den Herausforderungen der Digitalisierung messen muss. Mit Juliet bin ich, ah. Da muss ich nicht arrangieren muss. Arrangieren, oui. Oui. Burning. Südkoreanischer Psychothriller über die mysteriöse Dreiecksbeziehung zwischen dem Arbeitslosen Yong-Soo, der sprunghaften Haemi und dem privilegierten Ben. Oh, da habe ich den Trailer letztens gesehen. Der sah ziemlich gut aus. Der war so sehr psychedelisch, würde ich ihn fast nennen. Ja, südkoreanische Filme sind nicht so schlecht. Nee, nee, sage ich, habe ich nie. Train to Busan, darf ich dabei erwähnen. Ja, der ist super. Habe ich nie behauptet, nee. Und da ist es so, der kommt dann irgendwie zurück und dann irgendwie geht es darum, irgendwie alles niederzubrennen oder so. Heißt der auch Burning, der kommt irgendwie in sein altes Dorf zurück und so. Also allein der Trailer sah schon sehr gut aus. Wusste ich gar nicht, dass der jetzt anläuft. Ich dachte ja, irgendwie später. Das Leben meiner Tochter läuft noch an. Ein verzweifelter Vater versucht, das Leben seiner herzkranken Tochter zu retten. Wie weit wird Micha gehen, um an ein Spenderorgan zu gelangen? Mit Christoph Bach und Deutscher Film. Dann kommt noch Los Perros. Drama über eine gutbürgerliche Frau, die im Zuge von Reitstunden bei einem ehemaligen Militär Altlasten der Pinochet-Regierung aufdeckt. Anker der Liebe. Eva und Kat führen ein beschauliches Leben auf einem Londoner Hausboot. Als Eva ihren Kinderwunsch äußert, wird ihre Beziehung auf die Probe gestellt. Mit Una Chaplin und Geraldine Chaplin. Vielleicht nehme ich mal an. Könnte sein. Man weiß es nicht. Verwandt mit Chaplin. Rahmenshop. Nach dem Tod seines Vaters begibt sich der junge Masato auf eine kulinarische Reise und erkundet die eigene Familiengeschichte. Mit Takumi Saito. Und dann läuft noch ein Zombie World. Aber da steht jetzt nichts weiter da. Mal gucken, ob wir da irgendwas finden hier. Du hast Magie der Wildpferde übersprungen. Das ist eine Doku. Ich bin fast beleidigt. Ja und? Warte mal. Zombie World. Mal gucken, ob wir da irgendwie was finden hier. Steht nichts. World. Das ist bestimmt auch wieder so ein... Nee, das kann ja nicht sein. Das ist von 2009. Zombie World. Ja. Zombie World. Was ist denn hier los? Zombie World. Die zweite Seite können wir uns übrigens schenken. Zombie World. Ist das Hongkong 2017? Könnte vielleicht sein. Ich glaube, da irgendwo in einem Zombie-Thriller. Zombie World versucht sich ein junger Mann der Zombie-Apokalypse entgegenzustellen, die seine Heimatstadt heimgesucht hat. Oh, ist ja was ganz Neues. Coole neue Idee doch. Ja, ich weiß nicht, ob der das ist. Das wäre hier ein Film aus Hongkong. Ich weiß nicht, ob der das ist, der da anläuft. Na gut. Aber da war jede Menge dabei. Also bei den Charts würde mich auf jeden Fall Godzilla sehr interessieren. Ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie mal hinkriege, da mal reinzugehen. Heute wird es auf jeden Fall nix. Aber der hat mir schon den Trailer sehr gut gefallen. Wir haben noch was aus dem News-Bereich und werfen mal einen kurzen Blick nach vorn. Ich habe zwei Trailer mal hier reingepostet in unser Dokument mal zum Anschauen, die mir so untergekommen sind in der letzten Woche. Und zwar das eine heißt Fisherman's Friends und ich habe in Klammern dazu geschrieben, sieht nach einem Sneak-Kandidaten aus. In diesem Film, der auch von Splendid irgendwie gedreht wurde, was ja durchaus häufig mal in der Sneak zu sehen war, dieses Logo, geht es darum, dass eine, ich glaube, ist das in Schottland oder so irgendwo? Wo, ich glaube, Schottland gibt es so einen Männer-Chor, so einen Seemanns-Chor, der entdeckt wird von einem Produzenten, der dann sagt, hey, ich kann mit euch hier oder ich würde gerne mit euch hier eine CD aufnehmen. Und irgendwie gewinnt das dann so ein bisschen Eigendynamik, weil der in diesen Ort reinfahren muss und erstmal die Leute bekehren muss. Ich meine, da hat man schon diverse andere Filme in der Richtung gehabt, hier mit diesem Song da, wo der Rabbi, der katholische Priester und so weiter. Also, sieht durchaus nach Sneak-Material aus, finde ich, oder? Ja, definitiv. Aber es sieht auch ganz witzig aus. Ja, es sieht ganz witzig aus. Es sieht sehr charmant aus. Das fand ich auch. Das zweite nennt sich Hollywood-Türke. Hier könnt ihr ja mal kurz sagen, wo ihr da denkt oder was ihr da drüber denkt über den Trailer. Mit den Hollywood-Türken? Ja, genau. Deutsche Filme auf jeden Fall. Ja. Es ist halt ein Türke, der unbedingt Schauspieler werden möchte. Und der Trailer bedient halt sämtliche Klischees. Wie war das entweder, wenn du einen Türken spielst im Film, bist du entweder ein Bombenleger oder Schawul. 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 Schwül oder sowas. Ich glaube, das ist ein Film, der unglaublich auf Klischees rumreiten wird. Aber es sah jetzt nicht so mies aus. Also könnte vielleicht sogar Überraschungspotenzial haben. Sagen wir es mal so. Ja, sehe ich auch. Sehe ich auch. Der sah witziger aus als gedacht. Vor allem, man kennt den nicht. Also normalerweise spielt ja Elias im Barek sowas. Ist ja irgendwie der Einzige, den sie da irgendwie rausholen immer aus der Versenkung dann. Aber hier fand ich es gut, dass sie mal wirklich frische Leute genommen haben. Und sieht auch nicht nach irgendeiner Schweighöfer-Til-Schweiger-Produktion aus, sondern irgendwie so ein bisschen was. Hat mich sehr stark erinnert. Wir hatten mal den Film, ich komme gerade natürlich wieder nicht auf den Titel, der so in Österreich spielt, wo so einer das Ghetto zeigen soll. Wo sie einen aus dem Ghetto sind, der dann eigentlich auch keiner aus dem Ghetto eigentlich ist. Ich weiß, warum du meinst. So ungefähr. Daran hat mich das auch so ein bisschen erinnert. Und ich denke mal, das könnte auch so ein bisschen Sneak-Material sein. Falls der jetzt nicht ein zu großes Budget hat, der Film. Man weiß es nicht. Ich habe übrigens gefunden, wie der andere hieß. Ein Lied in Gottes Ohr, in Klammern Coexisté, hieß der andere. Den habe ich jetzt gerade gefunden, aber den, den ich eigentlich suche, den Österreich, den habe ich gerade nicht in der Liste gefunden. Aber ja gut. Also zwei Trailer, die ihr euch, liebe Hörer, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich verlinke die mit auf kinocast.net in den Shownotes. Und wir gehen mal ganz schnell weiter zu den Serien. Da habe ich nämlich was für euch. Serien. Liebe Hörer, ihr habt richtig gehört. Ich habe was für euch. Ich meine, nicht die Kate. Obwohl, die Kate hat es jetzt auch geguckt wahrscheinlich. Habe ich da mit meinen WhatsApp-Messages in unserer Gruppe zu sehr in die Richtung gedrängt, das doch mal zu gucken. Ich hatte es ja schon auf der Watchlist. Es handelt sich tatsächlich um die Serie How to Sell Drugs Online Fast. Was, was sich natürlich so anliest wie so ein typischer Suchbegriff, ja, so wie verkaufe ich schnell, wie verkaufe ich online Drogen in Klammern schnell, passiert ja auch tatsächlich. Allerdings, jegliche Zusammenfassung von diesem Film kann eigentlich nur so ein bisschen so eine rudimentäre Rahmenhandlung wiedergeben. Der ist allerdings bei Weitem, oder was ist jetzt Film, Serie, von der Serie wiedergeben, ist allerdings bei Weitem nicht so stringent, wie sich es jetzt vielleicht anhört, wenn ich das zusammenfasse. Es geht um einen jungen Mann, dessen Freundin nach einem Jahr in Amerika wieder zurückkommt und die hatten da quasi, ja, konnten sich halt nicht sehen, nur WhatsApp hin und her schreiben. Und er versucht dann wieder mit ihr in Kontakt zu treten. Sie ist wieder da, aber sie hat sich irgendwie so verändert auf ihrer Reise. Das ist natürlich auch gerade so diese Zeit des Erwachsenwerdens und so. Und sie bittet ihn um erstmal eine Beziehungspause, was ihn so erstmal total rauswirft, weil er hat irgendwie sich total gefreut. Und er kennt sie seit Kindertagen, waren da irgendwie so Sandkastenfreunde schon und er hat ihr da auch Geschenk vorbereitet und alles. Und ja, sie bittet ihn um eine Beziehungspause, was ja eigentlich so, wie wird es im Film in der Serie genannt, so Schluss machen für Weicheier ist, also Beziehungspause. Und er forscht dann noch so ein bisschen nach, kommt dann drauf, ah, okay, vielleicht hat sie da was erlebt in der Zeit, wo sie in Amerika war. Aber ja, was ich vielleicht wissen sollte, er hat auch irgendwie noch ihren Login von Facebook und guckt da mal rein und sieht, dass sie auch so da Drogen ausprobiert hat in den USA. Und da dann auch so diverse Partys anstehen auf diesem, ja, von dieser Klasse da, denkt er sich, ach, besorgst du auch mal ein paar Drogen bei dem örtlichen Drogenhändler, wo der andere, sein Nebenbuhler auch immer mal shoppen geht. Und kauft diesem lokalen Dealer in Rinseln, ist das irgendein kleines Kaff, irgendwie die Drogen ab, damit er quasi der Einzige ist, der da was besorgen kann für die Party. Dann, das funktioniert aber alles nicht ganz so gut, wie er sich es gedacht hat. Und jedenfalls, ich will mal auch ein paar Sachen ein bisschen überspringen, jedenfalls kommt er dann zu einer größeren Menge Drogen, die er dann auch irgendwie wieder loswerden möchte, muss. Und sein bester Kumpel, der sitzt auch, der sitzt in einem Rollstuhl und hat nicht mehr allzu lange zu leben, also hat wohl irgendeine Krankheit, die eine geringere Lebenserwartung zur Folge hat. Und der kennt sich sehr gut aus und die beiden zusammen wollten auch immer mal so diverse Startups gründen. Da haben sie auch in der Schule mal sowas gepitcht und sie haben so ein Shop-System entwickelt, womit sie eigentlich so andere Sachen irgendwie verkaufen wollten, so Schwerter aus irgendwelchen Online-Gudgets aus World of Warcraft, wo die Leute irgendwie so ihre, was weiß ich, ihre, ihre Gadgets da anbieten können und jemand anders die kaufen kann. Und dieses Shop-System setzte halt um in Starknet, um dort Drogen zu verkaufen. Also zunächst ins Darknet und dann gewinnt das schnell so eine Eigendynamik, diese ganze Geschichte. Sie müssen natürlich auch die ganzen Sachen versenden und dann gibt es natürlich auch Fragen von Kunden oder Beschwerden oder Anmerkungen auf diese dann auch. Und dann kommen halt diese Schüler so nach und nach in diese ganze Maschinerie rein und parallel dazu haben sie immer noch so ihre Erwachsenwerden-Probleme, auch in der Schule, diverse Themen. Ich glaube, viel mehr will ich mal nicht verraten. Einmal was kann ich noch sagen, das ganze Ding ist von der Firma produziert, die zum Beispiel auch Jan Böhmermanns Sendung produziert, Neomagazin Royale. Man sieht als, ja, nicht nur Cameo-Auftritte, sondern richtig Nebendarsteller durchaus bekannte Leute aus diesem ganzen Environment. Ich nenne mal jetzt auch keine Namen, aber von Rocket Beans sind da auch welche dabei. Deswegen bin ich irgendwie so auf die Serie gekommen auch und ich fand die einfach nur großartig. Ich bin jetzt bei Serien, das ist so, ich bin da schnell gelangweilt, gerade wenn mich die erste Folge nicht so richtig mitnimmt. Hier ist es so, die erste Folge war irgendwie so ein bisschen sperrig, aber so ab der zweiten ging es irgendwie so richtig gefühlt los. Da hat die richtig Drive bekommen, die Serie und hat mir total gut gefallen. Ich weiß nicht, Kate, wie es dir da ging? Mir ging es ähnlich. Das Ganze war ja eh, ich habe immer gedacht, das ist nur eine US-Produktion mal wieder, weil, ich weiß nicht, vom Thema her, ich habe den Trailer nur so gehört, aber nicht wirklich aktiv gesehen, dass die Lippenbewegung zum Ton passt. Und dachte, ja, coole Serie, gucken wir mal rein. Und dann hast du gesagt, ich muss die unbedingt gucken. Und dann habe ich beim Kochen mit der ersten Folge angefangen und dachte so, ey, das ist echt cool und oh mein Gott, das ist ja deutsch. Und wir sind ja von deutschen Serien nicht so verwöhnt, ja. Also die erste Netflix-Produktion war ja Dark, das ich sehr gut fand. Und das ist jetzt halt eine ganz andere Story. Viel mehr Witz, viel mehr Drive. Ich fand es echt gut, aber das Problem ist, du kennst ja den Film Ratatouille. Der Hauptdarsteller erinnert mich total an diesen Koch, der die Maus immer auf dem Kopf hat. Der sieht ja total ähnlich. Wegen den Haaren oder was, ja. Ja. Ja, auch dieses etwas länger gezogenes Gesicht, so ein bisschen Sommersprossen und dann diese roten Locken. Also natürlich nicht so knallrote Locken wie bei Ratatouille, aber das fand ich irgendwie total schamant, dass der so ähnlich sieht. Okay, ich bin jetzt noch nicht ganz durch, mir fehlen noch zwei Folgen, es sind ja nur acht Episoden oder so. Acht, sechs, acht, acht glaube ich. Mir fehlen jetzt noch zwei, die werde ich nachher noch schauen. Aber ansonsten sehr, sehr süß. Auch von den Charakteren her und auch diese Entwicklung auch zwischen den beiden, die eigentlich beste Freunde sind, aber an einen Punkt kommen, wo sie sich so ein bisschen gegenseitig nerven und dann nicht mehr alles erzählen. Und auch, dann wird auch wieder das Thema angesprochen, dass man sehr viel sich im Internet verliert. Ja, und dass das Leben heute ja auch sehr viel im Internet stattfindet und man eben auch eine zweite Identität quasi entwickelt im Internet. Eine? Ja, also was mich total gecatcht hat, was mich total gecatcht hat, war, ich sage keine Namen, ich sage nur der Gastauftritt in der zweiten Folge. Ja, das dachte ich mir. Ich stand in der Küche und ich so, das macht ihr jetzt nicht wirklich. Deswegen habe ich auch gedacht, ich schreibe mal mit dazu, unbedingt mal noch die zweite gucken. Das hat mich sowas von abgeholt. Und dann auch später, so ein Interview wird eingespielt und ich habe nur noch nicht ganz raus, ist das nach wahren Ereignissen? Hast du da eine Ahnung? Nee, ich glaube nicht. Weil von der Art her könnte es ja sein, weil es ja so interviewartig ist. Ich glaube, ich glaube auch fast, das haben sie vielleicht, wo sie es fertig hatten, haben sie gedacht, ach, es wäre vielleicht eine coole Idee, wir lassen ihn das selber erzählen, damit, ja, dadurch, dass er halt quasi rückblickend die Sachen erzählen kann, was jetzt kein Spoiler ist, weil es passiert gleich am Anfang, dadurch wissen alle, okay, das geht irgendwie gut aus. Weißt du, wie ich meine? Weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da kommt ja ein paar brenzlige Situationen rein. Ach, einen, was muss ich doch mal noch, ein Nebendarsteller, Bjarne Mädel, der ist ja auch jetzt sehr prominent genannt, der spielt hier diesen lokalen Dealer, ey, so großartig. Wenn man ihn kennt, so vom Tatortreiniger und so, ey, der ist einfach göttlich, der Typ, ey, das ist so cool. Das hat es echt gut gemacht. Also ich habe, also wie gesagt, mir fehlen ja noch zwei Folgen, aber ich habe so eine Vermutung, worauf es am Ende hinausläuft in der Staffel. Du hast es jetzt schon gesehen, deswegen kann ich jetzt Vermutungen anstellen und ich würde das, wenn wir offline sind, wieder mit dir besprechen, weil ich möchte jetzt niemanden spoilern. Aber ich habe so eine leichte Vermutung, wo das Ganze hingeht gerade und das fände ich ziemlich cool. Ich kann einmal spoilerfrei sagen, die Serie oder die Staffel bringt es gut zu Ende, die Staffel, hat aber auch, lässt aber auch noch genügend lose Enden, die auch teilweise so extra platziert werden, wo man sagt, ah, scheiße, da würde ich jetzt doch gerne noch wissen, wie das jetzt noch weitergeht. Und so, das ist irgendwie so relativ geschickt gemacht, fand ich. Da wird extra auch so, in der letzten Folge werden noch so ein paar Dinger irgendwie fallen lassen, so. Und dann, ich wusste nicht, dass es danach zu Ende ist. Da kam irgendwie das, oh, okay, das ist interessant. Dann war die Folge zu Ende, dachte ich, ja, jetzt und nun. Achso, die Staffel ist vorbei, scheiße. Weil ich dachte, die bauen so einen Cliffhanger zur nächsten Folge auf. Und dann war das schon der Cliffhanger, oder? Dann war das schon der Cliffhanger zur nächsten Staffel, dachte ich, ah, okay, ich will es. Oh, ich hoffe, ich hoffe auch, es kommt wirklich eine neue Staffel. Ich weiß nicht, ich fand das so gut. Es ist auch wirklich gut. Vor allem die, das sind alles total unverbrauchte Gesichter. Die Schauspieler, die sind so super. Also der, sein Kumpel auch, also der Hauptdarsteller Maximilian Mund, gespielt, oder der heißt in der Rolle Moritz und sein Kumpel Lenny, der Danilo Kamber heißt er. Ja. Ja, die, ja, seine Freundin da, seine Sandkasten, Lena Klenke. Ey, kennen wir nicht. Ja, und dann aber so ganz geschickt noch ein paar durchaus bekannte Leute mit rein, so, und dann hier mal was und da mal was und so. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Und das hat mir total gefallen. Und vor allem, das ist ja in allen möglichen Sprachen schon verfügbar, ne? Echt? Wenn du da mal umschaltest auf andere Sprachen, ne, wie das dann klingt und so, auch nicht schlecht, ne? Ich hoffe mal, dass das auch vielleicht weltweit ein ganz guter Erfolg wird, weil, ja, hat eine interessante Mischung. Und, ja, Chris, dir hatte ich es eigentlich ja auch empfohlen gehabt mit. Ja, ich kam und ich wollte heute starten. Weil da sind sehr viele so popkulturelle Computer-Gaming-Referenzen, IT-Sachen. Ähm, da werden teilweise manchmal nur so Sachen, irgendwas mit Discord und da mal was gedroppt und so und hier mal, ja, das Game und so und Dota und sonst was. Ähm, wo man dann weiß, ah, okay, ja. Ähm, und das wird überhaupt nicht erklärt, ja? Weil da wird einfach davon ausgegangen, wer das guckt, der weiß, was da gemeint ist, ne? Und wenn nicht, ja, Pech gehabt halt, dann guckst du. Oh, übrigens erklärt. Ich, es gab, es gab, es gibt einen Kniff. Ich glaub, der ist in der, gleich in der ersten Folge. Den hab ich sehr, sehr gefeiert. Ähm, äh, da geht's quasi, da gibt's einen kurzen Moment, wo was erklärt wird. Weißt du, Erik, wenn ich mich mein? Äh, nee, die erste Folge ist bei mir schon ein paar Folgen her. Es gibt, es gibt so einen Moment, da kannst du dir was erklären lassen oder nicht. Das ist, das ist sehr, sehr cool gemacht. Ach so, ja, genau. Das fand ich, ich hatte, ich hatte gehofft, oh Gott, hoffentlich verbraten sie das jetzt nicht, diesen Kniff in der ganzen, in der ganzen Serie, in der ganzen Staffel. Die machen halt viele so innovative Sachen, genau. Ja, ja, so kleine, zack, hier und da mal ein Job und hier wird was erwähnt. Das kann man ja vielleicht mal erwähnen. Das finde ich einfach süß. Es gibt ja bei Netflix die Möglichkeit, das Intro zu überspringen. Also, wenn man es schon mal geguckt hat, irgendwie. Willst du es jetzt echt verraten, was ich meine? Ja, dann wird halt dieser Button genutzt für was anderes, sag ich mal. Ja, quasi. Fand ich gut, ja. Ja, fand ich auch gut. Nee, extrem innovativ auch irgendwie und sehr, sehr frisch und so. Die erste Folge ist wirklich ein bisschen hakelig teilweise, weil man denkt, oh, da haben sie noch nicht so richtig die Stimmung gefunden gehabt, ne. Aber dann so ab der zweiten ist so richtig im Flow drin und wo das dann losgeht und es ist halt nicht vergleichbar. Irgendjemand hat mal gesagt, ja, Breaking Bad mit Schülern stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Nee, nee, nee. Es ist eher eine Schülergeschichte, wo noch so ein bisschen Drogen mit involviert sind und es ist sehr, ja, sehr nah dran an irgendwie an der aktuellen Popkultur, finde ich, so mit den ganzen Referenzen und hier mit Tinder und was nicht alles und, ja. Also ruhig mal gucken. How to sell drugs online fast. 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 Auf Netflix verfügbar. Ich habe die ganze Folge, falls das irgendjemand so Entscheidungshilfe ist, ich habe das alles irgendwie durchgebinged, also nicht an einem Tag, aber an zweien. Ja, ich dann jetzt auch. Ich mache halt auch Tag zwei und dann ist das durch. Jetzt beim Kochen gucke ich gleich die nächste, die letzten zwei Episoden. Das erledigt in zwei Folgen. Ach ja, das Beste ist noch, der Vater von Moritz ist Polizist. Ja, das ist so gut. In diesem Kaff, ne. Und der hilft manchmal unbewusst mit beim Drogenhandel. Soll ich hier die Poste, soll ich die gleich mitnehmen hier oder was? Die Briefe müssen die weg. Die Päckchen. Ja, ja, okay. Ja, okay. Ja, oder auch der Postbote. Ich finde den Postboten so toll. Ja, dem lassen sie dann noch, tun sie noch ein Päckchen Merci mal reinschmeißen oben. Weil der hat plötzlich dann halt viel zu tun, weil die viel von diesen, ja, das sind so diese dickeren Briefe in dieser Luftpolsterfolie, damit versenden sie ihr Zeug, weil der dann irgendwie so viel zu tun bekommt. Dann tun sie mal ein Päckchen Merci mit oben reinschmeißen. Herrlich. Herrlich. Aber jetzt verraten wir nicht zu viel. Ja, ja, ja. Wir müssen jetzt ruhig sein. Angucken und schreibt da mal einen Kommentar, ob unsere Empfehlung was wert war oder nicht. Und wir gucken mal in unseren Briefkasten. Briefkasten. Gucken, ob da irgendwelche Drogen gelandet sind. Nein, ein Kommentar von Steff. Wegen John Wick 3. Der lief nicht in Reutlingen, das Sneak sagt, sieh, das habe ich falsch verstanden. Ich folge nämlich diesem Kino da auf Facebook, weil die da immer posten, was in der Sneak lief und das sah offensichtlich genauso aus. Die haben es halt in einem normalen Preview gezeigt und haben dafür auch ihre Bewertungsding sie da genommen, was sie bei der Sneak immer nehmen. Und das sah halt irgendwie genauso aus. Stand doch nichts da. Stand doch irgendwie da. Preview-Bewertung oder irgendwas. Jo, ja, da lief der nicht in der Sneak. Den kann ich aber nochmal wärmstens empfehlen. John Wick. Teil 3. Das war es auch schon mit den Kommentaren. Ich weiß gar nicht, ob sonst noch irgendwas eingegangen ist. Ansonsten werfe ich mal einen Blick in die Amazon-Käufe der letzten Woche. Wer den Kinocast unterstützen möchte, wenn ihr uns vielleicht jetzt auf Spotify hört und wisst gar nicht, ach, da gibt es ja noch eine Webseite. Kinocast.net heißt die. Einfach mal draufgehen und da gibt es so einen Amazon-Button. Wenn ihr bei Amazon was bestellen wollt, klickt einfach vorher da drauf und dann startet von da aus eure Suche. Da kriegen wir eine kleine Provision. Und hat zum Beispiel jemand gemacht, der, was ist das, der Resina. Oh, ein Bandana, ein Kopftuch würde ich es mal nennen. Aber halt eher so für, also, ja, halt ein Bandana halt, ne. Ähm, die 39, 39 wichtigsten Fälle im Arbeitsrecht. Oder bereitet sich jemand hier auf was vor? Eine Nudelschale, eine Reisschüssel. Wo ist das? Ach so, hier. Klick. Zwei Reisschüsseln, um es genau zu sagen. Ein Zweierset aus Keramik in schwarz. Dann, ähm, eine Komfort-Baumwollkappe mit Binde. Was ist denn das? Noch so eine Art Kopftuch, würde ich mal nennen. Ja. Okay. Ähm. Was ist das? Ein Karo-Möbel-Computerschreibtisch. Computertisch Kuba in weiß mit zwei Ablageflächen. Ja. Ein, wie der Name schon sagt, ein Schreibtisch. Jetzt meine Alexa angesprungen, weil ich Computer als Codewort habe. Jetzt sind noch mal angesprungen. Ähm, was ist das hier? Japanische Essstäbchen. Fünf Paar. Sehr gut. Ja. Kaufen. Ähm, okay. Dann vielen Dank an alle, die hier uns unterstützt haben. Und auch vielen Dank noch an den unbekannten Spender, der vor einiger Zeit uns bei Aufhornigenguthaben geschenkt hat für die Nachbearbeitung hier der Sendung. Wenn ihr das auch machen möchtet, klickt einfach bei Kinocast.net links oben bei Danke für eure Unterstützung. Da findet ihr diverse Möglichkeiten, wie ihr den Kinocast unterstützen möchtet. Falls wir auch, ähm, was ja viele machen, so Patreon oder so. Falls ihr das auch haben wollen würdet, also quasi mit einer regelmäßigen, automatischen Spende, wo ihr sagt, ja, ich gebe hier pro Monat ein Euro oder fünf oder keine Ahnung. Und dann gibt es halt so verschiedene Kategorien, wo man sagt, okay, wenn ihr da so und so viel, dann kriegt ihr ein Shirt oder irgendwas, keine Ahnung. Dann schreibt das auch mal in die Kommentare rein, ob sowas interessant wäre. Also meine Kollegen von Rund um den Brustring, die machen das ja und das ist eigentlich, da haben sich einige gefunden, die gesagt haben, okay, ich höre die Sendung regelmäßig. Ich bezahle da gerne jeden Monat irgendwie einen Euro dafür. Dann schreibt das mal in die Kommentare, dann würde ich das auch einrichten, wenn das gewünscht wäre. Okay, dann sind wir eigentlich soweit durch, oder? Ja, ich glaube. Bitte? Ich glaube, wir sind durch, ja. Ja, Kommentare hatten wir. Ansonsten, wenn ihr uns kontaktieren möchtet, wie gesagt, am besten am einfachsten einen Kommentar schreiben auf kinocast.net oder direkt anschreiben auf den diversen Plattformen. Ihr findet das auf kinocast.net neben den einzelnen Bildchen von uns, die Kontaktmöglichkeiten. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ich denke mal, Montag bin ich wieder am Sneak am Start endlich mal wieder. Oh, wenn da die, wenn da meine Lieblingsschauspielerin, äh, vielleicht, dann irgendwie. Musst du dabei sein. Das muss ich gesehen haben. Ansonsten mal gucken, was, was dann doch so kommt. Alles klar, dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Sehr gerne. Bis dann, tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.